Auf YouTube ist eine hohe Watchtime extrem wichtig und gerade durch Plattformen wie TikTok oder YouTube Shorts wird die Aufmerksamkeitsspanne immer kürzer. Aus diesem Grund verwende ich auch seit kurzem kleine Animationen in meine Videos, um die Inhalte visuell spannender zu machen und natürlich auch die Informationen besser rüberzubringen. Und das Gute daran ist, es ist gar nicht so schwierig, solche kleinen Animationen in Final Cut Pro zu erstellen. Aus diesem Grund möchte ich euch heute zeigen, wie ihr diese kleinen Animationen in Final Cut Pro ganz einfach erstellen könnt. So, hier sind wir jetzt in Final Cut Pro und zuallererst, bevor wir eine Animation machen, sollten wir uns einen Hintergrund für diese Animation aussuchen. Solche Hintergründe könnt ihr meistens ziemlich gut auf Pixabay finden, aber es gibt auch vereinzelnd hochwertige Bilder auf Google Bilder. Sobald ihr dann einen Hintergrund gefunden habt, könnt ihr mit der eigentlichen Animation beginnen. Dafür braucht ihr nur ein Quick Animation Plugin, das ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das müsst ihr kurz herunterladen und folgendermaßen installieren. Habt ihr das Plugin jetzt runtergeladen, kriegt ihr eine kleine ZIP-Datei. In meinem Fall ist das jetzt nur eine Demo, weil ich kann das Plugin natürlich nicht nochmal installieren. Auf jeden Fall müsst ihr diese ZIP-Datei entpacken und zieht die dann einmal, sobald die entpackt ist, den Ordner auf euren Home Screen. Dann geht ihr in euren Programmeordner, sucht nach Final Cut Pro, geht auf Paketinhalt zeigen, Contents, dann auf Plugins, auf Media Providers. Ihr geht auf Motion Effects, Contents, Resources, Pre-Templates und dann auf den Ordner Effekte in diesem Fall. Und hier würdet ihr dann den Ordner reinziehen. Wenn ihr das dann installiert habt, einmal schnell Final Cut Pro schließen und erneut öffnen, dann sollte das unter Effekte schon da sein. Das zieht ihr dann einmal auf euren Hintergrund und ihr solltet dann hier oben schon sehen, es gibt dann In- und Out-Animation. Und dieses Plugin kann basically Sachen rein und raus animieren. Ich nutze das auch immer für diese Einblendung hier an der Seite. Ich zeige euch beispielsweise mal die Animation Fly oder die Animation Blur oder die Animation Blend. So sieht das dementsprechend aus. Und das könnt ihr jetzt natürlich auch für den Hintergrund festlegen. Ihr könnt natürlich noch die Länge festlegen, also über welchen Zeitraum das ein- und ausgeblendet werden soll. Wenn ihr das festgelegt habt, müsst ihr jetzt das Bild finden, das ihr eigentlich animieren wollt. Also nehmt ihr euch da entweder eins aus dem Internet oder baut es euch selber in eurer Fotobearbeitungssoftware. Falls ihr das aus dem Internet habt, solltet ihr das erst in eurer Fotobearbeitungssoftware freistellen und als PNG exportieren, damit ihr es in euer Schnittprogramm ohne Hintergrund einfügen könnt. Da könnt ihr jetzt natürlich wieder diesen Quick Animation Effekt drauflegen, aber ihr wollt ja auch noch eine eigentliche Bewegung haben. Und ich nehme mal das simple Beispiel von hier nach da. Also einfach eine Bewegung über den Screen. Und dazu geht ihr einmal an den Anfang des Clips des Objekts, welches ihr bewegen wollt. Und klickt auf dieses kleine Zeichen hier unten, klickt dann oben auf das Zeichen, um ein Keyframe zu erstellen, zieht das dann an die Stelle, wo ihr es zu dem Zeitpunkt haben wollt, geht zu einem anderen Zeitpunkt, jetzt in meinem Fall zum Ende und zieht das Objekt auf die andere Seite. Dann wird wieder ein Keyframe erstellt und das könnt ihr jetzt natürlich noch öfters wiederholen, damit komplexere Animationen erschaffen. In meinem letzten Video habe ich beispielsweise diese etwas komplexere Animation gemacht und das genau mit der gleichen Technik. Also hoffe ich, dass ich euch helfen konnte, diese Animationen in euren Content einfließen zu lassen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare oder für ausführlichere Fragen und Antworten auf den Discord-Server, erster Link in der Beschreibung. In diesen beiden Videos habe ich diese Animationen auch benutzt, falls ihr euch das mal anschauen wollt. Und sonst würde ich mich noch sehr über ein Like und ein Abo freuen. Bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.